In diesem Tutorial werden wir uns ein bisschen näher anschauen, wozu die Binomialkoeffizienten der Wahrscheinlichkeitsrechnung bzw. in der Statistik gut sind. Als erstes ein kleines Beispiel, wo man das Ganze ein bisschen verdeutlichen kann. Gehen wir davon aus, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft mit 22 Spieler zu Eintomir in Ausland fliegt. Die Frage ist, wie viele Möglichkeiten hat der Bundestrainer aus dieser 22 Spieler, eine Mannschaft von 11 Spielern zu bilden. Zur Vereinfachung wird an dieser Stelle vorausgesetzt, dass jeder Spieler jede Position auf dem Spielfeld annehmen darf. Die Antwort wäre 22 über 11, also so liest man die Binomialkoeffizienten. Und das Ergebnis wäre gigantisch, und zwar 705.432 Möglichkeiten. Natürlich ist das eine vereinfachte Sichtweise. In Wirklichkeit durch die einsteckende Position des Spielers auf dem Feld ist es eine deutlich geringere Zahl möglich, aber so sieht es mathematisch aus. Als nächstes werden wir uns anschauen, mit Hilfe welcher Formel man dieses Ergebnis überhaupt ausrechnen kann. Und zwar, grundsätzlich gibt es zwei Formeln, mit denen man die Binomialkoeffizienten ausrechnen kann, beziehungsweise es ist nur eine Formel, aber auf zwei Weisen dargestellt. Die Grundformel sieht wie folgt aus. Und zwar, wir erkennen als erstes eine Besonderheit für diejenigen, die nicht so geübt sind mit dem Thema. Diese Ausrufezeichen heißt Fakultät. Und das ist nichts anderes als eine Vereinfachung, also zum Beispiel 3 Fakultät bedeutet nichts anderes als 3 mal 2 mal 1. So kann man komplexe oder große Rechnungen ein bisschen zusammenfassen. Natürlich wäre das da auch das gleiche wie 1 mal 2 mal 3. Man hat sich für die Rückwärtsschreibweise entschieden, Wir werden gleich sehen beim Ausrechnen, es ist ein bisschen günstiger, wenn man das Ganze rückwärts schreibt. Also, deshalb werden wir uns das auf die Weise zukünftig anschauen. Eine zweite Möglichkeit wäre, die Binomialkoeffizienten so auszurechnen. Beim ersten Blick sieht es so aus, als wäre die zweite Formel deutlich unangenehmer als die erste. Das ist allerdings nicht der Fall, wie wir gleich anhand von ein paar Beispielaufgaben sehen werden. Also, unser nächstes Ziel ist praktisch anhand von kleinen Beispielen diese Formeln anzuwenden und zu entscheiden, was uns mehr gefällt. Damit wir nicht durcheinander kommen, habe ich die zwei Formeln rechts noch abgebildet. Gehen wir jetzt zum ersten Beispiel. Normalerweise ist es so, wenn man erwartet, dass man sowas ausrechnet, passiert das nicht mit sehr großen Zahlen. Dadurch werden die Rechnungen halt riesig und aufwendig, sondern so in dem Bereich oder bis in n gleich 10 ist es möglich, dass man halt im Normalfall bei Hand ausrechnet. So, zu der ersten Formel. Wir versuchen sie genauso anzuwenden, wie sie recht steht. Also wir erkennen, bei uns ist n 5 und k ist 3. Deshalb haben wir dann 5 Fakultät eingesetzt durch 5 minus 3 Fakultät mal 3 Fakultät. Wenn wir das Ganze ausführlich schreiben, dann haben wir 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 durch, die Klammer wird zuerst ausgerechnet, 5 minus 3 sind 2 Fakultät, also 2 mal 1 und dann noch mal 3 Fakultät, also 3 mal 2 mal 1. Auch wenn es ein paar Zahlen sind, der Vorteil ist, überall ist normal und geteilt, deshalb können wir kürzen, wie wir Lust und Laune haben. Zum Beispiel, die 2 kürze ich mit dieser 2, die 3 kürze ich mit der 3, die andere 2 kann sich mit der 4 kürzen und die 1 sind sowieso vernachlässigbar an der Stelle. Wenn wir alles zusammenfassen, dann kommen wir auf 10. Also, gar nicht mal so kompliziert, die Formel ist eigentlich in Ordnung, was das angeht. Schauen wir uns jetzt nochmal die Lösung für diese Binomial-Koeffiziente mit der zweiten Formel an. Und zwar, empfehlenswert ist es an dieser Stelle mit dem Nenner anzufangen, also unten steht in der Formel K-Fakultät, das bedeutet 3 Fakultät, das sind ja 3 mal 2 mal 1. Und oben, auch wenn es so aufwendig aussieht, ist eigentlich nur damit gemeint, wir gehen von 5 einfach 3 Stellen rückwärts. Das bedeutet, so viele Stellen, wie man unten Nenner hat. Also, das wäre nur 5 mal 4 mal 3. Also, wir haben weniger Zahlen als oben, dann fangen wir wieder an zu kürzen. Und am Ende kommt natürlich das Gleiche raus. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr das jetzt verstanden habt, egal mit welcher Formel, könnt ihr gerne auf Pause drücken und das nächste Beispiel erstmal alleine versuchen. So, wir gehen jetzt trotzdem gemeinsam jetzt weiter und rechnen auch noch das aus. Also, 10 über 2, zuerst wieder mit der ersten Formel, das bedeutet nichts anderes als 10 Fakultät durch 10 minus 2 Fakultät mal 2 Fakultät. So, wir sehen schon anhand größerer Zahlen, das ist eine sehr aufwendige Rechnung. Also, wenn ich das alles jetzt hinschreibe, dann sind es nicht wenige Zahlen. Das ist dann nur der Zähler. Und der Nenner, da haben wir 10 minus 2 sind 8 Fakultät. Also, 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und dann noch mal 2 Fakultät. Das sind natürlich 2 mal 1. So, auch wenn es mehr Zahlen sind, wie wir erkennen, wir haben hier unten 8 Fakultät, also alles von 8 bis 1 miteinander multipliziert und oben auch. Deshalb können wir das praktisch auf einmal alles kürzen. Und die 2 kann man noch mit der 10 kürzen. Also, am Ende sind wir bei 5 mal 9 sind 45. Also, ein bisschen mehr Schreibaufwand, sonst eigentlich nicht sehr kompliziert. Mit der zweiten Formel ist es allerdings noch einfacher. Unten haben wir nur 2 Fakultäte, also 2 mal 1. Und oben müssen wir ab 10 runter 2 Stellen zählen, also 10 mal 9. Damit ist die Sache eigentlich schon erledigt, indem wir hier noch ein bisschen kürzen, dann haben wir direkt die Lösung. Also, sehr oft trifft zu, dass die zweite Darstellung, die zweite Formel deutlich angenehmer zu rechnen ist von Rechenaufwand als die erste. Wenn man mit diesem Themengebiet der Mathematik zu tun hat, ist es nicht verkehrt, dass wir uns jetzt an der Stelle noch ein paar anwendungsorientierte Aufgaben anschauen. Zu unserem erstes Beispiel. Wie viele Möglichkeiten gibt es, aus 9 Saftsorten 3 für einen Cocktail auszuwählen? Ich glaube, der Lösungsansatz liegt in diesem Fall auf der Hand. Und zwar, wir haben 9 Saftsorten, wir brauchen genau 3 für unser Cocktail, deshalb rechnen wir einfach 9 über 3. Ich werde jetzt die zweite Formel anwenden, das bedeutet, ich fange wieder mit dem Nenner. 3 mal 2 mal 1 und oben 9 mal 8 mal 7. Dann, ganz normal kürzen, so dass sich die Terme ein bisschen vereinfachen, oder die Zahlen besser gesagt. Und am Ende haben wir 3 mal 4 mal 7. Sind 12 mal 7, sind 84 Möglichkeiten. In einem weiteren Beispiel, eine ein bisschen komplexere Aufgabe, wir erinnern uns an unsere erste Beispielaufgabe mit den Fußballspielern. Hier wollen wir es ein bisschen vertiefen. Wir haben jetzt 14 Fußballspieler zur Verfügung, davon sind 8 Verteidiger, 4 Stürmer und 2 Torhüter. Wie viele Möglichkeiten haben wir, eine Mannschaft aus 7 Verteidiger, 3 Stürmer und 1 Torwart zu bilden? Das bedeutet, von dem 8 Verteidiger wollen wir nur 7 haben. Dann, von dem 4 Stürmer brauchen wir nur 3. Und von den 2 zur Verfügung stehenden Torhüter brauchen wir natürlich nur einen. Wir können das ausrechnen, 8 über 7 sind 8, 4 über 3 sind 4 und 2 über 1 sind 2. Zusammengefasst ergibt das 64 Möglichkeiten. Zum Schluss noch ein paar hilfreiche Hinweise. Es gibt bei den Binomialkoeffizienten ein paar Sonderfälle, die man sich unbedingt auswendig merken muss. Und zwar, als erstes, n über 0 ist immer 1. Damit ist ganz einfach gemeint, wenn wir irgendeine Zahl, zum Beispiel 6 über 0 haben, dann kommt immer 1 raus. Zweitens, n über n ist 1. Also, wenn oben und unten die gleiche Zahl stehen, zum Beispiel 12 über 12, dann kommt auch immer 1 raus. n über 1 ist immer n. Also, egal welche Zahl über 1 genommen wird, kommt immer die Zahl raus. Also, in diesem Fall 18 über 1 sind 18. Und als letztes Sonderfall, n über n minus 1 ist gleich n. Damit ist gemeint, wenn die Zahl oben um genau einen Wert höher ist als die untere Zahl. Also, in diesem Fall 22 über 21. Dann kommt die obere Zahl raus. Wenn man jetzt einen Taschenrechner zur Verfügung hat, dann kann man natürlich das auch mit dem Taschenrechner ausrechnen. Passend Befehl dazu heißt NCR und eingetippt wird wie folgt. Zum Beispiel, das ist die Eingabe in dem wissenschaftlichen Taschenrechner, abgekürzt wird der R. Man tippt zuerst die obere Zahl an, in diesem Fall die 5, dann unser Befehl NCR und dann die 3. Wir haben das Beispiel schon vorher gerechnet, kommt 10 raus. Die Binomialkoeffizienten sind ein sehr wichtiges Mittel für die Kombinatorik. Und nicht nur, sondern auch für die Binomialverteilung. Eine, zum Beispiel, der Hauptthema für die Abiturprüfung. Um die Binomialverteilung zu lösen, braucht man natürlich die Bernoulli-Formel. Und die kann man nicht anwenden, wenn man diese Binomialkoeffizienten nicht beherrscht.